So, kannst du mir das mal hochreichen, das gelbe Kabel? Wir versuchen es mal. Oh, ich nehme dich immer nicht auf, ey. Hier! Hast du? Nein! Habe ichs? Ja, lass los, lass los. Ah. Ich hab noch eins. Unsere Feuerwehrmänner können wir schon mal nicht werden. Meinst du nicht so gut mit Schläuchen hier? Ja. Ah da, ah da. Was ist los? Okay, jetzt brauchen wir noch grün. Ich glaube ich seh es, bin mir nicht ganz sicher. Ich krieg's wieder nicht geschossen. Ja, das liegt auch endlich mein Schloss. Das liegt da oben aufm, aufm Container drauf. Ah, da brauchen wir die Kiste für. Wie macht er die Hände nach oben? So. Mit die Hände. So, ja. Hoch die Hände, mach kein Hände. Hui. Äh, die Tür hier ist versperrt, was soll das? Ja gar nicht. Na, das ist so traurig. Immer Kopf aufm Boden. Habt ihr die Kabel verbunden? Ja. Ja. Grüne Fäden auch. Ja, den hole ich mal. Was ist hier los? Ey, kommst du nicht durch. Die geht gar nicht. Ja. Ja, auch schon aufgefangen. Die geht nur zu. Ende hoch, Wochenende. Elfmeter schießen. Oh, jetzt wird's spannend. Was tippst du, Eggi? Schaffst du Strauelspeich oder nicht? Nee. Ey, was machen wir denn hier? Ja, weiß ich nicht. Wer eigentlich nur das Kabel da rein ist. Ich halte auch gar kein fest. Wer hält denn mich hier fest? Nee, nee, ich sage nichts. So. Aber was du denkst? Schaffst du Brauelspeich, Elfmeter oder nicht? Ich glaube, Chance ist auf jeden Fall höher als vorher, finde ich. So, wir haben Strom, Leute. Wir haben Strom. Ja. Geht immer. Mir liegt irgendwas vor. Oh, ein Bora. Geht's aber tief, tief hinab hier. Oh, guck mal. Da kannst du mitfahren. Ey, du mich mit? Uuuuh. 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 Karussell. Oh, denke ich auch. Oh. Mach mal vor. Ja. Hast du mein Bruder? Der ist ja da, Egi. Für den ist das natürlich geil. Und für alle, die im Start sind. Das ist geil. Und war auch so ein Goldstumpen, ne? Hier hinten? Ja. Damit können wir die vielleicht kaputt machen. Ach, dein Vater ist auch da. Ja, für die ist das natürlich geil, ne? Ja. Oh, Brücke. Wieso? Oder auch nicht. Halbwegs. Ja, oder weniger. Ja, oder weniger. Gibt's da oben irgendwas zu holen? Gold. Juhu. Ich glaube, wir können auch jetzt die Scheibe einwerfen. Was soll ich die Scheibe Gold machen? Ach, Dauerkarte hat er. Ach so, okay. Das ist immer Arsch. Du willst mit? Das ist immer noch so. Früher war ja Diskussion gewesen. Wollten sie ja abschaffen. Dass Dauerkarten auch für das Pokal zählen. Schwein die. Warte, warte. Und go. Sag mal, hast du schon wieder gesoffen, Gribu? Ich halte mich hier mal lieber an der Wand fest. Ganz ehrlich. Ja, ich halte mich mal an der Wand fest. Au, 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 au. Nicht gemacht. War nicht so gut. Hast du das gehört mit, wo war, Eggi, wo war das? Ähm, Oldenburg war das. Ähm, Bremen hat da gespielt gegen Schalke. Die durften nur 10.000 Karten verkaufen, weil Sonntag ist. Wegen Mittagsruhe. Das ist doch albern. Und weil sie Energie sparen, gibst du nur kälte Duschen. Nimm ich das? Auch, ja. Ja, äh, wieso kann ich mich jetzt hier töten? Ich will da auch hin. Nee, spring. Wieso töten? Hier oben geht's ja gar nicht weiter. Ach so, was? Bring mal das Loch. Was macht ihr da oben? Wir haben nur den Bohrer hochgefahren. Ah. Jetzt müsste man eigentlich ins Loch gehen. Hat mich nur gewundert, warum da alle rein wollten. Hui. Das weiß ich auch nicht. Oh Gott, Junge. Alles meins. Ich hole den Spitzacker raus. Emanuel, ich grüße dir. Wie geht's dich? Emanuel, ich krieg bei dir. Wow, was ist da los? Wow. Wow. Ja, klappt nicht so richtig. Ja, auch ganz gut. Nicht perfekt, aber... Oh, das hört sich nicht so schön an. Hm. Mach raus, die Krokette. Wir alle aufs Loch wollen. Hehe. Ah, ich glaube, der drückt nicht mehr stark genug, ne? Wir müssen einen zumachen. Ah. Oder zwei. Haben wir zwei Steine? Ja, der muss da hinten hin, der hier, oder? Ja, glaube ich auch. Aber ja, jetzt bin ich mir drauf gekommen. Was soll ich denn? Und hier gibt's noch einen zweiten. Ah, mit dem haben wir das. Aber der ist nicht so einfach zu holen. Ja, gut. Alter. Boah. Ich bin besoffen, ey. Oh, Junge. Na klar. No. No. Ja, ja, ja. Wow. Deswegen bleib ich hier einfach stehen. Ich will jetzt auch einmal wenigstens versucht haben. Halt blind. Blind. So, jetzt müsste der dritte hier richtig kommen. Oh, es geht. Kann man mal machen. Hallo, Anna. Kann ich den brauchen? Anna lacht mir schon wieder an. Ja, den hier vorne, oder? Ja. Achso, stimmt. Da geht's auch. Ja, okay. Und einer hat schon wieder nicht geantwortet. Heben dich! Wo sind die? Ja oben. Oh, falsche Richtung. Oh, zu? Oh, schritt. Oh, schritt. Oh, schritt. Ja, ja ich, ich bleib hier. Okay. So, der nächste. Oder es steht, wir schaffen das alleine. Aha. Aha. Nice. so ja ist wieder und vorbei der muss dann hier drauf oder ja denke ich mal ja ich weiß nicht ob wir den da rüberkriegen dann hat jetzt der letzte richtig viel power merke ich bin runtergefahren jetzt würde ich es mal nicht spannend das ist so spannend Junge nein 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 also nicht das spiel und Echsen ich glaube man sollte da alleine ja du hast es geschafft ja oha oha auch hier ist sogar noch einer Mensch die müssen erstmal hier aus dem Weg damit wir raus gehen wir raus so kommen wir hier auch durch hm wofür ist wohl das hier auf dem Seilen hm vielleicht um das hier dran ja ist wirklich so im Manuel ist wirklich so hier hinten ja Anna hat schon wieder Kohl gegessen gehen wir aus dem Weg hm so und nun wir rein ah ist sie hier jetzt warte du ist da was ja da ist was ich versuch's mal ich bin leider nicht ganz am Ende aber es wird schon gehen höh höh jo klappt ja so Nudeln na gut kommt drauf an was für ein Salat ne dann kann man das auch schon mal oh dann Hebel oder hm ne ich glaube wir gehen so weiter oder achso aber hier der Zorn muss ja auf müssen wir jetzt alle hin ne ich glaube wir müssen den Wagen mitnehmen äh das ist ein bisschen fies weil hier ist Eis ich hab die Reifen oh no eh ja ne das sieht ganz ich komm nicht weiter äh warte dann komm ich mal mit runter och oh fck au hm 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 ach du scheiße wie soll man darüber kommen bei dem eis das weiß ich auch noch nicht ich denke nicht ich denke wir müssen da beim tor weiter was da los gewesen ich meine dass wir eine höhere chance haben dass einer zum ende kommt ja das geht schon leute das seil sollte sich nicht lösen das kann sein das ist ja richtig kacke der stream hat hier sogar noch verzögerung das ist richtig kacke so jetzt aber mal wieder hier haben sie stehen na hast du gleich aber ich will da ran fallen ok wir dürfen nicht zu zweit dran stehen das zählt nicht aber wir haben wir rufst also was sollten das da drin so ich geh da jetzt runter und zu zweit oder alleine das ding ist aufzumachen ach da war ich bin schwarzer ritter ach du bist doch gar nicht drum jetzt pass auf dass es nicht mehr runter fällt jetzt ist er bei drüben wo geht es weiter ich denke mal da ach ja da hinten dreht sich schon was ja diesmal konnte ich mich nicht am eis fest halten wo ist unten rumgegangen ja da wird irgendwo ein hebel sein aber du bist noch gar nicht okay ich muss mich jetzt ans ende ans ende hängeln ich will da auch mal runter ja dann machst du als nächstes kann man da nicht sich warte 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 er ist noch nicht drüben oh er ist immer noch nicht drüben so bin da nach dem pokal drüben also kommt mein bruder heute doch nicht mehr nach hause so jetzt häng ich dran ey es ist wieder weg es ist wieder lose ach man lose wer will lose kaufen was macht der penner eigentlich so eine lore die kotzt doch so gib Gas pennerinnen bitteschön die kotzt hast du pennerinnen divers ja xy-chromosomen ja alles 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 kommen sie her kommen sie mit kommen sie hoch ja ach danke ach 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 du ach so willst du nicht runter ah ach mach mal jetzt ja 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 aber konnte ich mich nicht festhalten zieh mal die lore zurück also ja nein das schaffst du ach ne die lore mal zurückziehen Ja, man muss beim Eis ganz oft springen und so, dann kommt man da rüber. So, jetzt halt dich mal fest. Am Knoten. Hat er? Nein. Hat er. Suchst du deine Brille auf dem Boden, oder? Nee. Okay, ich glaube, ich bin durch. Ja, der Speicherbrot. Das geht doch bei dir weiter. So, dann geht's dir doch weiter wahrscheinlich. Oh. Oh, das war das Ding schon. Ach so. Oh. Schon wieder blind? Äh. Jetzt ist nicht so. Extraräume, dann kommt jetzt die Fabrik. Toll. So ein Theater für nichts. Ich hab dich geschossen. Doch. Mein Arm hat sich hinter meinem Guck verhakt. Sieht nicht gesund aus. Aber Licht angemacht. Radio läuft. Ich bin eine Puppe. Hm. Ich mach das nächste Mal, Aggie, mit blind. Ah, bring ich mal Goldstone. Ah, sprich dich an. Außer, hier fehlt ein, äh, hier fehlt ein Zahnrad. Sacklos. Da muss ein Zahnrad rein. Kann mal die Scheißmusik ausmachen. Hast du? Ja. 3-1. Ey, wo ist das her? Wo ist das Zahnrad? Ah, nice. Alter. Mist. Ja. Erstmal bei der Hand los. Jetzt zieht er mich hier weg, ey. Das gibt's doch nicht. Ja. Swift auf dem Arsch? Hm, Match hat ja geklappt. Ah, Licht an. Danke. Okay. Zu 8. Jetzt müssen wir nochmal eine reinfolgen. Wo brauchen wir denn nur einen Barren? Ne, da muss doch nicht kein Barren rein, Amy. Ne, da muss kein Barren rein, da brauchen wir ein Rad für. Oh, das war ein Rad für. Ja, hier drüben. Achso, warte, kann man die einfach abmachen, oder? So, jetzt, jetzt Barger. Hm, ne, das geht nicht ab. Oder wir, ne, oder wir kriegen hier hinten das Rad her. Achso, ja, wahrscheinlich. Was war das? Äh, ja. Ach, Quark. Ach, hier. Scheiß drauf. Aber wo muss man überhaupt hin? Das ist... Können ja eigentlich nur da unten links hin, ne? Ja, unten rechts hier. Äh, 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 was machst du denn? Hilfe hoch. Hilfe hoch. Hilfe hoch. Hilfe hoch. Nimm deinen Kopf zwischen meinen Beinen weg. Boah. Jo, das ist richtig Steampunk hier, Mann. Oh. Oh. Ey, mir verteilst du schon mal überall die Barren. Ja. Oh. Ich hab sogar... Geil mit dem Trichter. Geil mit dem Trichter. Dein Ernst? Ah! Was hast du denn hier produziert? Ich nicht. Das war Zen. Nein. Zen hat erstmal ein bisschen produziert. Und dadurch hat er... Komm mit, komm mit, los. Hey. Komm mit, los. Alle dran. Ah, ok. Was denn? Was ist da? Flo! Komm mit! Yeah! Das schnelle Ding... Ach, hier. Ah, ja. Wow! Ähm... Nein, warum hältst du mich da fest? Ah! Wo bin ich gelandet? Ich lebe... Ich setz mich hier oben hin, ich mach Pause.